Nummer 5. Diese von Sarefo ist eine kleine LED-Leiste mit einem sehr attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Er bietet eine gute Beleuchtung, mit starken und langlebigen Materialien und einer geschätzten Lebensdauer von 30.000 Stunden. Dieses Produkt ist wasserdicht und witterungsbeständig, was es ideal für den Amateur und nicht intensiven Gebrauch macht. In der Beschreibung finden Sie den Link für dieses Produkt. Nummer 4. Der Gier ist ein Hochleistungslichtbalken mit 180 Watt LED-Leistung. Er hat einen tiefen Lichtstrahl, mit dem Sie problemlos in die Ferne sehen können. Das Gehäuse ist aus Aluminiumdruckguss gefertigt, was eine Lebensdauer von mehr als 30.000 Stunden garantiert und mit einer 2-Jahres-Garantie versehen ist. Der wasserdichte und wetterfeste Schutz gewährleistet den Betrieb auch bei ungünstigen Wetterbedingungen. Die vom Verkäufer angegebene Lichtausbeute ist sehr hoch, aber es war nicht möglich, ihre Richtigkeit zu überprüfen. Der Preis für diesen Artikel kann über den Link in der Beschreibung gefunden werden. Nummer 3. Die Augstings ist eine hochwertige LED-Leiste, die 6000 Kelvin-Kristallweißes Licht für hervorragende Sichtbarkeit bietet. Das gebogene Design ermöglicht eine breitere Sicht als bei Standard-LED-Leisten. Er kann bei jeder Art von Strecke oder Wetterbedingungen eingesetzt werden, da er wasserdicht, korrosionsbeständig und von ausgezeichneter Haltbarkeit ist. Er hat außerdem eine 24-monatige Garantie und wurde für eine Betriebsdauer von ca. 30.000 Stunden getestet. Wenn Sie den Preis für dieses Produkt wissen möchten, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 2. Der IA-Live LED Offroad-Balken bietet eine hervorragende Beleuchtungslösung für alle, die Ihr Fahrzeug häufig bei Nacht benutzen. Das robuste Aluminiumgehäuse und die verschiedenen mitgelieferten Zubehörteile erleichtern die Installation. Die leistungsstärkste der Optionen bietet dank der zentralen und externen LEDs ein tiefes und diffuses Licht. Die geschätzte Lebensdauer von 50.000 Stunden wird durch eine 2-Jahres-Garantie abgedeckt. Ideal für alle, die sicheres Qualitätslicht genießen wollen. Kaufen Sie dieses Produkt über den Link in der Beschreibung. Nummer 1. Für alle, die eine hochwertige Beleuchtung für Ihr 4x-4 suchen, ist die Skyworld eine ausgezeichnete Wahl. Als kompletter Bausatz mit Verkabelung, Netzschalter und zwei Scheinwerfern kann diese LED-Leiste die Dunkelheit der Nacht in brillantes Licht verwandeln. Die aus Aluminium gefertigte Leiste ist staub- und wasserfest und sorgt für eine effiziente Wärmeableitung. Der Preis ist mehr als angemessen, und die 2-Jahres-Garantie kann bis zu 30.000 Stunden halten. Die Skyworld ist ein hochwertiges Produkt, das den Ansprüchen seiner Käufer sicher gerecht wird. Den Link für dieses Produkt finden Sie am Ende der Beschreibung.